Falls du auf den Marktplätzen Kleinanzeigen, Ebay, Vintage und allen anderen Marktplätzen private Verkäufe tätigst, dann wirst du sicherlich schon was von dem Plattformensteuertransparenzgesetz gehört haben. Ich möchte in diesem Video das Thema Tiefgründiger behandeln und klären, wobei es sich hier handelt und welche Daten von dir an die Finanzbehörden gemeldet werden. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, wie anfangs angesprochen, soll es heute um das Plattformensteuertransparenzgesetz gehen. Auf diesem Kanal behandle ich generell gewerbliche Tätigkeiten wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay. Doch ich weiß ganz genau, dass viele meiner Zuschauer auch private Verkäufe tätigen, insbesondere bei Kleinanzeigen, was wir uns auch gleich anschauen und wir schauen uns an, welche Daten und ab wann die Finanzbehörden unsere Daten bekommen. Da das Ganze jetzt für die Plattformen schlichtig geworden ist. Falls du neu dabei bist und gerne hier Fuß fassen möchtest in den Online-Handel, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann kein weiteres Video mehr. Wie immer alle Informationen unten in der Videobeschreibung und natürlich, falls Fragen sind, gerne die Kommentarfunktionen nutzen, ein Feedback geben, Anregungen für mehr Videos und andere Inhalte. Ja, anhand dieser Präsentation wollen wir uns das gleich eben anschauen. Was genau trifft denn auf uns zu oder kommt auf uns zu? Wenn man den Begriff Steuertransparenzgesetz, Plattformensteuertransparenzgesetz googelt, dann bekommen wir folgende Definition mit dem Plattformensteuertransparenzgesetz. Vom 20. Dezember 2022 wurde eine Meldepflicht für Betreiber digitaler Plattformen und der grenzüberschreitende automatische Informationsaustausch zwischen der Steuerbehörde der EU-Mitgliedstaaten eingeführt. Bedeutet, dass das Ganze hier wirklich nicht nur auf Deutschland basiert ist, sondern EU-weit das Ganze übergreift, da viele dieser Plattformen natürlich auch im Ausland ihren Sitz haben und trotzdem meldepflichtig sind an die deutschen Finanzbehörden. So, wen und was betrifft das Gesetz? Also, ihr seht hier direkt eine Übersicht, was das Ganze umgreift. Wenn sich viele die Frage stellen, welche Plattformen betrifft es hier? Ich kann kurz und knapp antworten, alle Plattformen, alle gängigen Plattformen, egal ob klein oder groß. Alles, was ihr kennt, wo ihr Produkte oder Dienstleistungen inserieren könnt, sind alle meldepflichtig, den Finanzbehörden eure Daten zu melden. Welche Grenzen es da gibt, das sehen wir gleich weiter in der Präsentation. Kurz gesagt, hier geht es um Immobilienvermietung, wie zum Beispiel Plattformen für Ferienvermietung. Airbnb sagt dem einen oder anderen bestimmt was. Vermietung auch von Kfz und Sachgütern, wie zum Beispiel irgendwelchen Baumaschinen und vieles mehr, was ja auch oft auch über Kleinanzeigen gemacht wird. Des Weiteren Dienstleistungen, wie zum Beispiel Handwerker, Gartenarbeit, sogar Babysitten, wird das Ganze auch weiter übermittelt und die Daten erfasst. Hier geht es um die Plattform Fiverr, MyHammer, Upwork und vieles mehr. Und hier insbesondere natürlich der Verkauf von Waren, was ja hier auf diesem Kanal auch oftmals gezeigt wird, wo man günstig Waren bekommt und diese gewinnbringend weiterverkaufen kann. Hier geht es zum Beispiel um Spielzeugkleidung hergestellt, also selbst hergestellte Waren. Und die Plattformen, die es hier betrifft, sind Kleinanzeigen, eBay, Vinted, Etsy und die ganzen anderen Plattformen. Wann bekommen die Finanzbehörden eine Meldung? Und da gibt es zwei Szenarien, wann eine Meldung ausgelöst wird. Und zwar Szenario A ist, wenn 30 Transaktionen innerhalb eines Kalenderjahres überstiegen werden, wird eine Meldung direkt erfasst und an die Finanzbehörden übermittelt. Szenario B, der Umsatz, die erhaltenen Summen, die ihr bekommt über die Plattformen, übersteigen 2.000 Euro und somit wird auch hier direkt an die Finanzbehörden gemeldet. Szenario C ist, wenn keine der beiden Grenzen überschritten wurde, dann erfolgt keine Meldung an die Finanzbehörden. Des Weiteren, welche Daten bekommt die Finanzbehörden? Und hier sind es wirklich sehr viele Daten. Im Grunde genommen, alle Daten, die der Plattform zur Verfügung stehen, werden auch dementsprechend gemeldet. Es geht hier um Namen, Geburtsdatum, Steuer-ID, Adresse, Bankverbindung, Anzahl der Transaktionen, Umsätze, Gebühren, die auf den Marktplätzen entstehen und gegebenenfalls auch eine Umsatzsteuer-ID. In vielen Fällen sind viele dieser Angaben natürlich bei Plattformen wie der eBay-Plattform anzugeben und auch natürlich Pflicht anzugeben. Bei Kleinanzeigen ist zum Beispiel der Geburtsdatum gar nicht so relevant. Eine Steuer-ID meines Wissens wird da auch nicht angegeben und die Adresse ist in vieler Hinsicht auch freiwillig. Nur unter bestimmten Bedingungen muss die Adresse angegeben werden. Das sehen wir gleich, wenn wir da speziell eBay-Kleinanzeigen oder Kleinanzeigen heißt es ja jetzt nochmal genau anschauen. Wer ist denn überhaupt die Finanzbehörde? In erster Linie ist es das Bundeszentralamt für Steuern. Dieses ist eine bundesweite Organisation, die die gemeldeten Daten gesammelt erhält und gibt die gemeldeten Daten dann im Einzelnen an die Finanzämter der Bundesländer und der einzelnen Städte weiter. Und dann wird das jeweilige zuständige Finanzamt die Daten auswerten, die dafür dann für den jeweiligen einzelnen Verkäufer zuständig ist. Die Daten werden erstmal nur gesammelt und dann gegebenenfalls bei den Steuererklärungen einmal aufgerufen und sich das Ganze angeschaut. Ob das denn alles stimmig ist, da kommen wir auch gleich nochmal im Detail zu, was genau da sich angeguckt wird. Zuerst einmal gehen wir hier auf die Daten ein, die eBay-Kleinanzeigen meldet. Und zwar schildert das eBay-Kleinanzeigen ganz plausibel. Ich packe euch den Link auch gerne mal unten in der Videobeschreibung. Und zwar Informationen zu den Plattformen Steuertransparenzgesetz, abgekürzt steht es so und ihr findet es auch oftmals unter diesem DAX 7. So, generell könnt ihr euch das Ganze einmal vorlesen. Alles Wichtige steht eigentlich hier in diesem Kästchen. Wenn wir uns das mal kurz vorlesen. Es geht ausschließlich um Verkäufer. Außerdem, die Anzahl der von dir aufgegebenen Anzeigen spielt keine Rolle. Das bedeutet, egal wie viele Anzeigen du bei Kleinanzeigen hast, es spielt im Grunde genommen keine Rolle, weil man kann bei Kleinanzeigen, natürlich hier ist es ein großes Spiel und natürlich sehr schwer für die Finanzämter. Man kann hier nicht ganz klar sehen, wurde dieses Produkt verkauft oder nicht. Es gibt nur bestimmte Transaktionen, die erfasst werden. Und zwar geht es hier um die Option Direktzahlungen. Wenn du Direktzahlungen bei Kleinanzeigen anbietest, wird somit die Transaktion, der Umsatz festgehalten und getrackt und protokolliert. Und nur diese Daten werden an die Finanzbehörden weiter übermittelt. Ich zeige dir auch gleich, wo du das Ganze auslesen kannst und sehen kannst, wie viel du im Jahr oder vielleicht in diesem Jahr schon bereits an Umsätzen wirtschaften konntest. In der Regel wissen wir nicht, ob ihr euch einig geworden seid, es also tatsächlich zu einem Verkauf gekommen ist. Das stimmt. Wir übermitteln ausschließlich Informationen zu Transaktionen an die Finanzbehörden, bei denen wir mit Sicherheit wissen, dass es sich um eine erfolgreiche Transaktion, also einen abgeschlossenen Verkauf handelt. Eine Übersicht einer erfolgreichen Transaktion findest du bei unserem Partner OPP. Wer ist dieser Partner OPP? Es geht hier um die Online Payment Plattform, die OPP abgekürzt ist und diese ist dann für die Direktzahlungen zuständig. Wenn ihr das Ganze über Kleinanzeigen anbietet, habt ihr sicherlich auch ein Login und könnt hier eure Daten anschauen. Auch könnt ihr das Ganze in eurer App übers Handy anschauen. Ich blende euch das mal ein und ihr könnt das zum Beispiel hier sehen. Wenn ihr dann auf die Verkaufsübersicht klickt, habt ihr dann die Möglichkeit eure Transaktionen und auch die jeweiligen Umsätze sehen, was bereits in diesem Jahr gelaufen ist. So habt ihr immer eine Übersicht, wie viel ihr bereits verkauft habt. Zuerst einmal möchte ich auch noch kurz anmerken zu Kleinanzeigen. Viele spekulieren ja darauf, dass sogar Chatverläufe ausgelesen werden und viele andere Dinge, die dann ja nachweislich ersichtlich machen, dass man gewisse Produkte verkauft hat, wenn das jemand bei dir privat abholt und du das Geld bar bekommen hast. Das stimmt so nicht. Wir haben das gerade, wie gesagt, gelesen auf der eBay Kleinanzeigenplattform und Erklärung, dass hier solche Daten nicht übermittelt werden. So. Ab wann verkaufe ich eigentlich gewerblich? Das ist auch ein wichtiger Punkt, was ich immer wieder hier auf diesem Kanal behandle. Und generell nach allgemeiner und anerkannte Auffassung stellt ein Gewerbe jede erlaubte auf Gewinn, Erzielung, auf Dauer angelegte und selbstständige Tätigkeit. Bedeutet, sobald ihr irgendwie etwas kauft oder eine Dienstleistung anbietet, um hier gewinnbringend das Ganze zu vermitteln oder zu verkaufen, dann habt ihr auf jeden Fall direkt ein Gewerbe. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ihr solltet euch einen Gewerbeschein anmelden und hier das Ganze offiziell machen, um keine Probleme zu bekommen. Wie du ein Gewerbe anmeldest, habe ich dazu bereits Videos gemacht. Schaust dir oben in der Infobox an oder unten gerne in der Videobeschreibung. Ab wann handelt es sich um Privatverkäufe? Ist der verkaufte Gegenstand ein Gegenstand des alltäglichen Bedarfs? Zum Beispiel Spielzeug, Kleidung, Technik wie ein Smartphone, Handy und so weiter, ist es generell steuerfrei. Das bedeutet, ihr könnt natürlich Dinge verkaufen. Ihr könnt Spielzeug, so viel ihr möchtet, verkaufen. Das unterliegt keiner Versteuerung. Es sei denn, ihr macht das in einem sehr großen Umfang. Dann müsst ihr es natürlich belegen, dass es wirklich alltägliche Sachgüter waren. Wenn nicht, dann müsstet ihr natürlich auch diese versteuern. Aber generell ist es steuerfrei. Bei bestimmten Sachgütern gibt es eine Haltedauer, auch wenn ihr diese privat verkauft. Und zwar Sachgüter wie Schmuck, Gold, Kunstgegenstände oder auch den Bitcoin. Diese unterlegen einer Spekulationsfrist und einer Haltedauer von genau einem Jahr, einem Kalenderjahr. Danach können diese auch steuerfrei verkauft werden. Wenn du zum Beispiel Bitcoin, jetzt ein digitales Sachgut, wird immer noch darunter gezählt, irgendwie zwei, drei Jahre zuvor gekauft hast und diese nicht angerührt hast, kannst du diese natürlich jetzt steuerfrei verkaufen. Alles, was Steuern angeht, übrigens ist hier keine Beratung, weil ich kein Steuerberater bin. Gerne mit dem Steuerberater persönlich drüber sprechen. So, welche Grenzen gibt es bei Verkäufen, bei Privatverkäufen? So, und zwar, auch wenn du dann unter einem Jahr Dinge verkaufst, brauchst du nicht sofort die Gewinne zu versteuern. Denn es gibt eine Grenze für Verkaufserlösen, die nicht überschritten werden darf und die dann steuerfrei ist. Und zwar sind das 600 Euro pro Jahr und pro Person. Das bedeutet, bei Verheirateten beläuft sich das auf das Doppelte und es wird gegebenenfalls noch dieses Jahr 2024 erhöht auf 1000 Euro pro Person und pro Jahr. So, was tun, wenn ich nun über die angegebene Grenze gekommen bin? Das bedeutet, du hast dir ein bisschen Gedanken gemacht und denkst, hm, irgendwie sieht das doch nach einem Gewerbe aus, was ich hier betreibe. Ich mache irgendwelche Dienstleistungen und nehme dafür Geld an und ich übersteige damit die 600 Euro Freigrenze. Dann solltest du es bei der nächsten Einkommenssteuererklärung einfach angeben und damit hast du das Ganze dementsprechend auch komplett und offiziell versteuert. Denn alle Daten, die ihr bei der Einkommenssteuererklärung nicht angebt und diese aber von den Plattformen irgendwie gemeldet bekommen haben, die Steuerbehörden und die Finanzämter, haben natürlich gewisse Daten, die sie bei der Steuererklärung dann abgleichen. Deshalb solltest du hier definitiv aufpassen, wenn du über die angegebenen Grenzen kommst. So viel zu dem Plattformensteuertransparenzgesetz. Falls du dazu Fragen hast, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich freue mich, wenn dir das Video geholfen hat und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute und viel Erfolg. Ciao.